Explosion in Flüchtlingsunterkunft. Ein toter und ein schwer verletzter Polizist. Nach Angaben der Polizei wurden 20 Menschen bei dem Brand verletzt. Ein Mitarbeiter der Unterkunft sowie ein Polizist haben schwere Verbrennungen erlitten. Eine weitere Polizistin wurde ebenfalls verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer habe sich demnach am Montagmittag aus dem Erdgeschoss in die oberen Etagen ausgebreitet. Wir haben neue Erkenntnisse insofern, dass es sich bei der nach Abschluss der Löscharbeiten aufgefundenen Leiche natürlich mutmaßlich um den Brandstifter handelt. Und wir beginnen jetzt, im Hintergrund sieht man glaube ich schon das Fahrzeug mit der Spurensicherung. Also unsere Forensiker nehmen jetzt ihre Arbeit auf und suchen nach Spuren, um den Brandablauf, die Brandursache genau zu rekonstruieren.